Hi, hier ist Frankie. Es ist Dienstagmorgen, 10 Uhr. Ich habe jetzt gerade die Röhn durchquert. War ziemlich anstrengend. Und ich bin der Meinung, dass Menschenmaschinen jetzt erstmal ein, zwei Tage Pause brauchen. Ich werde mich also ein bisschen regenerieren und den Rest dann am Freitag, Samstag, Sonntag werde ich den fahren. Bis dahin. Ciao. Hi, hier ist Frankie. Ich habe jetzt die Röhn in den Röhn. Es ist bei Kilometer 900. Ich denke, es ist für Menschen und Böden. Es muss ein Rest für zwei Tage sein. Ich muss die Röhn in den Röhn und in den Röhn in den Röhn. Ich werde die Röhn in den Röhn. Ich werde die Röhn in den Röhn. Vielen Dank.